Hallo und herzlich Willkommen, ich bin wieder TomGronzer27 Ähm, dass was ich hier hab ähm, ist zwar jetzt schon ein bisschen älter, aber ich hab's auch nicht geschafft, ähm, ja, aufs Video zu bringen, aufs Band ja, ähm, es ist doch auch jetzt nicht so genau, ich hab's ein bisschen aufgemotzt, hier es ist ein bisschen windschnelliger, hier mit zwei Lasern, na gut, der eine verstärkt nur und dann, ja, bumm, tot hier eine kleine Antenne, zum Radgehör, hier nochmal Lüftung und hier alles nochmal in den Originalfarben ausgerüstet das ist original, hier hab ich weggemacht, damit ich eine R2 Einheit reinsetzen kann ähm, entsprechend der Armaturen, die hier vorne sind, muss ich hier auch ein bestimmtes Kon-Kontroll geben, ja ja hier hat das Markenzeichen und hier, in den Grad hier ist die schöne Scheibe, hier nochmal eine Lüftung, also besser gesagt Lautsprecher, wenn sie gerade hören wollen hier nochmal hinten Lüftung ja, die habe ich so gemacht, damit es ein bisschen so m eng Parece, ja und hier nochmal die zwei Punkte und hier hab ich sie frei gelassen ist mir nichts eingefallen, was ich machen soll also ja, dass war auch heute ein Kotentin Tom Grunder sagt Tschüss Und ja, ich empfehle immer noch mal das Video, ähm, direkt schiefgegangen. Also viel Spaß beim Anschauen. Ida geht tschüss.